Ja hallo und willkommen alle zusammen zu diesem neuen Roomtour Video und zwar befinden wir uns hier gerade in unserem Apartment Jannis Residence auf Kreta in Griechenland und ja ich wollte euch hier einfach mal wieder eine kleine Roomtour machen, fangen wir mal an, hier ist halt so der Eingang, sieht man ja schon und dann kommt man hier direkt ins Bad, ist halt hier jetzt nicht luxuriös, aber ist ja sehr sauber und man hat alles was man braucht, so eine Toilette, Dusche, Spiegel, was wir wollen mehr, kann man echt nicht nur über Mekka oder so, generell sehr gutes Apartment, dann kommt man hier in das Schlafzimmer, kommt mal rein, kommt mal rein, hier haben wir ein richtig schönes Doppelbett, am ersten Tag als ich hier angekommen bin waren wir sogar einfach nur zwei einzelne Betten, aber ich habe halt bezahlt für ein Doppelbett und das habe ich auch gesagt, ich möchte ein Doppelbett und er hat das hier komplett neu gekauft, ein richtig neu gekauftes Doppelbett und ja, perfekt auf jeden Fall, dann hat man hier halt noch ein paar Schränke, kann man Sachen reinmachen, ich habe hier zum Beispiel zwei Hemden drin, da oben geht auch noch ein, hier halt, da schau ich halt ein bisschen, sehr gut, alles gut, alles gut, alles klar, dann haben wir hier das Wohnzimmer und was natürlich gleich auch fällt, wir haben hier eine Klimaanlage, was sehr wichtig ist, denn ja, es wird hier über den Tag ziemlich heiß drin und dann ist es für abends perfekt hier so die Klimaanlage anzumachen, nur vergessen wir leider öfter, wenn wir schlafen gehen, die auszumachen und dann ist uns morgens kalt und ja, hier ist auch noch so ein Fernseher, haben wir noch nie benutzt, aber erst da, kann man aber bestimmt auch nur Griechis Fernsehen gucken und hier halt sieht man ja, sind so meine Klamotten und Tauchkoffer, ich habe einen richtig großen Koffer mitgenommen, weil ich alle meine Tauchsagen mitgenommen habe, jo, dann haben wir hier halt so, kann man drauf essen, noch einen Tisch und so, ich habe hier so meinen Laptop, arbeite hier ein bisschen, dann haben wir hier eine kleine Küche, mit Kühlschrank natürlich und ein Tiefgefach, voller Eismittel, ja, die kann man halt auch im Kochen und so, habe ich bisher noch nicht gemacht, ich war immer jetzt in Restaurants essen, aber werde ich vielleicht noch machen, beziehungsweise dann im nächsten Apartment wahrscheinlich, weil in zwei Tagen ziehen wir um, in ein anderes Apartment und das ist auch sehr nah, hier dran und hier kommen wir jetzt zum Balkon, der ist ziemlich nice, wobei jetzt der Blick direkt hier, da ist so ein bisschen Baustelle, das ist nicht so nice, aber da haben wir Meerblick, wenn man in diese Richtung guckt, sieht man jetzt bei Nacht natürlich nicht, aber am Tag sieht man da das Meer, kann ich euch mal morgen zeigen und wenn man nach hier so guckt, sieht man jetzt auch nicht so gut, weil es Nacht ist, hat man einen Blick auf die Berge und das ist auf jeden Fall sehr cool, also nach da und nach da hat man sehr gute Ausblicke, nur halt geradezu so eine Baustelle, aber was soll's, dann hier kann man halt so gemütlich sitzen, mal Zigarette brauchen, noch trinken und so den Abend ausklicken lassen und jo, wir werden sehen, wie das nächste Apartment ist, das hier hat uns auf jeden Fall sehr gut gefallen, auch der Service übrigens sehr gut, es wird hier sauber gemacht, die Handtücher werden gewechselt, alles, also ich hab die WhatsApp nochmal von den Gastgebern, kann denen jederzeit sagen, wenn irgendwas ist, so richtig perfekt, dann ja, würde ich sagen, seid gespannt auf meine nächsten Videos hier, auch eine Roomtour kommt, wie gesagt, noch dann vom anderen Apartment und bis dahin, alles Gute, wir sehen uns in meinem nächsten Vlog, ciao, ciao. Das Apartment hat uns, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen und jetzt zeige ich euch mal den Blick vom Balkon bei Tag und zwar haben wir nämlich auf der Seite Meerblick, da seht ihr das Meer, richtig cool und auf der anderen Seite, hier hat man einen Blick auf die Berge, also echt wunderschön, nur hier die Baustelle ist natürlich nicht so schön, aber der Rest perfekt, also ich würde mal beschweren, kann man sich da ja weniger, ja genau, jetzt muss hier genau der Audi langfahren, wenn ich gerade ein Video mache, ich muss auf jeden Fall jetzt mal langsam meine Sachen packen, so in 40 Minuten muss ich umziehen und zwar ist das nächste Apartment von dem kleinen Hotel da, so ziemlich nah, man sieht es jetzt von hier nicht, weil es ein bisschen um die Ecke ist, aber es ist sehr nah hier dran, ich ziehe also quasi nur eine Ecke weiter, es sind eigentlich 1, 2, 3, 4 Häuser weiter quasi, ich könnte es von hier sehen, wenn das nicht so um die Ecke da gehen würde, ja und deshalb muss ich mich jetzt auch leider ein wenig beeilen, weil hier sieht man, hier sind noch meine ganzen Tauchsachen von gestern, ich war gestern zweimal tauchen, hier liegt auch noch alles rum, hier liegt auch noch alles rum, dann im Schlafzimmer habe ich auch noch Klamotten hier rum zu liegen und im Schrank sind noch welche, seid gespannt auf meine nächsten Vlogs und wir sehen uns, bis dann, ciao, ciao!